Ja Digga, 1200 Euro für ein Videospiel sind natürlich nicht so wenig Geld, aber ich sag dir eins, im Gegensatz zu mir siehst du noch viel besser dabei aus. Wie, warum ist denn eigentlich eine schwarz verbrannte Pizza im Ofen? Boah, bei mir sind's glaube ich mittlerweile 5200 oder 5400 Euro, die ich in... Hey, warte mal ganz kurz, wie jetzt? 5400, was? Monopoly-Scheine oder was? Wie, wie, wie jetzt? Wie viel hast du ausgegeben für scheiß PC-Spiele? Ja, warte mal kurz, meine Mutter ist da. Warte, was? Was ist los? Worum geht's? Hallo, wie, was meine ich? Was, was willst du mich verarschen oder was? Da geht's gar nicht um echtes Geld, da geht's nur um das Guthaben, was man im Spiel hat. Alter, auf einmal, einmal verkaufst du mich noch für Blöd, du krassierst eine Rechte hier mit meinem Kochhandschuh. Ähm, also, naja, guck mal, du musst aber auch überlegen, also ich spiele Spiele schon seit fast knapp zwei Jahren, also knapp 700 Tage, dementsprechend sind ja dann 5400 Euro auch gar nicht... Scheiße, das sind fast 10 Euro am Tag. Ich geh mit 1800 Euro netto im Monat arbeiten und du gibst 5400 Euro für PC-Spiele aus, du stellst dich jetzt da hin, ja? Du stellst dich hin und für jeden Euro, den du investiert hast, kriegst du einen rechten Leberhaken. Ähm, Jens, ruf bitte ganz schnell 110 und Feuerwehr, ja?